Immer mehr Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am Ende 2023. Der Anstieg geht überwiegend auf leistungsberechtigte Ukrainerinnen und Ukrainer zurück. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, wer von Ihnen Zahlen liebt und auch Statistiken, der kann mit mir hier einfach mal in die Statistik, in die Pressemitteilung des Bundesamtes für Statistik mal reinschauen. Und zwar Pressemitteilung 134 vom 3. April 2024, also taufrisch sozusagen. Und dort gibt es eine Nachricht, die nicht besonders schön ist. Und zwar ist die Zahl der Empfänger für Grundsicherung gegenüber dem Vorjahr 2022 um 22.000 auf über 1,2 Millionen gestiegen. Der Anstieg geht wohl überwiegend auf leistungsberechtigte Geflüchtete aus der Ukraine zurück, so die Erklärung des Bundesamtes für Statistik. Über 1,2 Millionen Menschen haben im Dezember 2023 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuch SGB XII bezogen. Das ist ein Anstieg von 1,9 Prozent auf 1,2 Millionen oder in der totalen 22.000 Menschen mehr als gegenüber Dezember 2022. Leistungsberechtigt sind Erwachsene, die entweder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder ihre Altersgrenze entsprechend erreicht haben und ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln nicht mehr beschreiten können, sicherstellen können. Ja und da haben wir dann hier also so ein paar entsprechende Zahlen, wie das hier so ist und was hier auch klar gesagt wird, ist, dass der Anstieg bei Leistungs, dass der Anstieg um die 22.000 bei Leistungsberechtigten oder aufgrund von Leistungsberechtigten Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen ist. Deren Zahl ist von 73.060 im Dezember 2022 auf 86.755 im Dezember 2023 um 18,8 Prozent gestiegen. Seit Juni 2022 haben Geflüchtete aus der Ukraine unter den üblichen Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII. Und hier haben wir mal eine schöne Übersicht, die das auch nochmal so ein bisschen klarstellt. Wir haben im Dezember 2023 1,211, also 1,2 Millionen Menschen, die leistungsberechtigt sind nach der Grundsicherung. Im Dezember 2022 waren es noch 1,1 Millionen oder 1,1 Millionen und 89.000. Das ist ein Anstieg um 22.390, also 1,9 Prozent mehr. Interessanter bei den Zahlen ist aber, dass wir im Dezember 2022 von den leistungsberechtigten Empfängerinnen und Empfängern 911.750 Deutsche hatten. Deren Zahl ist leicht um 1.190 im Dezember 2023 auf 910.560 zurückgegangen. Bei den Nichtdeutschen gab es dafür einen Anstieg um 8,5 Prozent und darunter auch bei den ukrainischen Geflüchteten von 73.000 auf 86.000. Das sind eben die angesprochenen 18,8 Prozent. Meine Damen und Herren, Sie können selber für sich eine Bewertung dieser Zahlen vornehmen. Ich kann nur so viel sagen aus meiner Sicht, dass 1,2 Millionen Menschen in Deutschland, die Grundsicherung empfangen, schlicht und ergreifend 1,2 Millionen Menschen in Deutschland zu viel sind, die Grundsicherung empfangen. Ich finde es schlicht und ergreifend nicht gut, dass wir in Deutschland Altersarmut haben und dass es hier keine generellen Freibeträge wegen Bezug einer Altersrente zum Beispiel gibt, sodass diese Menschen nicht in der Grundsicherung landen müssten, sondern gegebenenfalls dann eventuell hier im Wohngeld liegen würden. Oder aber wir zum Beispiel eine leistungsstarke Mindestrente hätten, die solche Zustände, dass die Menschen entwürdigend zur Grundsicherung rennen müssen, dann nicht mehr möglich sein dürfte. Aber so sind die nackten Zahlen und diejenigen unter Ihnen, die jetzt ein Problem haben mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die werden sich sicherlich auch jetzt wieder fürchterlich aufregen. Aber diese Bewertung möchte ich sozusagen nicht vornehmen. Das können Sie gerne in den Kommentaren reinschreiben, ob Ihnen das gefällt oder auch nicht gefällt. Letzten Endes ist es aber so, ich sage 1,2 Millionen Grundrentner. In Deutschland sind 1,2 Millionen davon zu viel. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Und das ist es aber so, ich sage Ihnen, die Leute, 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 die Leute,